so willkommen zu einer neuen folge vor der king oder wir sind so schlecht für dieses spiel wie immer mit derselben verdächtigen das ist der kriss ein affenskelett kopfgeld chaos reduzieren brauchen wir noch nicht gegenstand auf jeden fall ein zauberstab aus glas das brauchen wir sie werden so machen wir werden aufs screen ein bisschen dass man halt nicht so schwach sind die zukünftigen was die zogen jemand geld oder kriegsbär 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 der ist ernst jetzt läuft jetzt bin ich rumgelaufen scheiße wir können auch die elfe zuerst machen dann kommt noch die elfe ihr seid mit drinnen ja der christ wird noch nicht kämpfen es ist die erste elfe dreimal dran also die drei kack elfe ja klar seid geschützt ja ist gut jetzt warten wir ja ich hab's gehört ich hab ne nadel ja das ist die selbe waffe wie ich ja ich war nicht ich bin glaube ich kann ich kann beide gleichzeitig angreifen nice da ist dein eingeriff verringert oh nochmal kann als decken ach nee das habe ich jetzt abgekriegt oh Der wird ja auch treffen, ne? Das fangt ja schon gut aus. Ich werde Puffen. Mähd. Erstmal zum Säufer. Dann greift er zur Flasche. Ohrhaare. Mütter die Kabel geblockt, so musst du. Das läuft mir nimmer, oder so? Ist okay, hast du das? Sau scheiße Schaden mache ich, ey. Zwei. Ne, weil es ohne Angriff ist. Ich habe keinen Einzelangriff, das ist ja die Kacke. Diese Laute hat nur Geschwindigkeit verringern und AVE-Angriff. Oder anders hat die Laute nicht hier. Das ist eine Scheiße. Ich zeig dir Hardcore. Komische Affe da. Okay. Da kann man eigentlich eh nix machen. Jetzt hat man so viel gebracht, bist du wahnsinnig? Da oben. Du hast einen schönen Tag, sei froh. Ich habe schon alles gesehen, aber das nehme ich nicht, weil ich es schon habe. Ganz rechts ist eine Statue. Ich brauche keine Intelligenz. Die große Heilung auf das rauszut. Stufe 0 und Stufe 1. Jetzt kommt der Bier er hat sich daneben gekuschelt wie süß so und wohin jetzt bestienmenschen oder nach links nach unten die bestienmenschhexerlager oha da ist ein lehrer weil wir mit 21 gold und 26 gold viele levels kaufen können du kannst keine levels kaufen ich glaube du kannst auja spielerwerte kannst du erhöhen ja 1 glaube ich nur das ist nur einfach also 1 für was nicht so holz rauch da unten ja aber wir können erst zum lager da unten hingehen zum bestem hexenlager bestem hexenlager bestem menschenlager ja na wurscht ja ich bin falsch gar nicht na und bin ich drinnen jetzt bin ich drinnen weiß ich nicht weiß ich nicht kannst du ausprobieren oh das bleibt gleich als nächster der ist ja nicht drinnen beim oberen auch nicht glück miche du musst noch mal näher kommen gold und die kriegt nix und die kriegt nix luß auf dem battler wie gibt battlern denn schon groß naja hallo ich bin dann da ich mache die nücken der stadt glücklich naja und wenn du dich anhören hoffen Aua Die Zungen Wir haben erst angefangen Da ist ein Buchstab, den niemand Au Ich finde es immer noch lustig, dass er so einen fucking Eimer auf dem Kopf hat Ich tue einfach Birchbusschläger mit Stacheln durch, Ramm, fertig, nen Helm Und die reingeschissen Was die irgendwie hauen vorgemacht Oha Wer sich mitgelegt hat, du Ich tue und will in den komischsten Positionen schlafen Wie süß Was Der von meinem Bart noch ist Der wird dann nicht immer lieber lohnt Ach ich bin blöd Das Geschwindigkeit verringern Das tut ja wirklich auf Schaden machen Das ist nur ein Debuff Ne Dann bin ich ja doof Ich weiß Ich dachte das ist nur ein Debuff Ja ich weiß Ja hallo Ich und Chris haben zusammengearbeitet, damit du den Last Hit kriegst Wow Das eine das Ja hallo Last Hit Standing Ich krieg den Eimer Ich brauche ihn Ok dann verkauf ich ihn Hallo du kannst ihn tragen, du gehst doch noch nicht auf Mogi Keine Ahnung, ich kann auch verkaufen Na oben Oha Er geht in die Stadt Er verkauft dann tierig Na ich mache mal schauen was da drinnen gibt Warum musst du so weg gehöre? Weil ich mir nicht Geld hab Der hat doch grad einen Stadtdienst in Dingens genommen Er hat doch grad geheilt Hast du das nicht gesehen? Wie hast du? Ich habe eh alles gleich Er hat ja Ahnung, dass eins unserer sechs Leben da oben weg sind Das ist ja wirklich zufrieden Will jetzt wirklich niemand das fucking Heiligtum da hinten? Ich brauche es nicht, ich will die anderen erstmal freischalten Ich will nicht die erstmal selber nehmen Na die fünf Intelligenz brauche ich nicht Und bei EP Multiplikator würde ich ihn mitnehmen Ist besser als nix So Jetzt habe ich halt einen Helm auf dem Schädel Ein Helm der Intelligenz senkt Ich habe jetzt einen Bogen gekauft Weil der stärker ist als mein Scheißhund Der Stock ist scheiß ne? Ja Dass du überhaupt Geld hattest du für einen Bogen? Es ist noch alles billig also Ja Zwölf Ach der Ja 2 Gold Ja 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 Ich werde nicht sagen Chris aber du kriegst Hardcore aufs Moll Ich werde nicht sagen Chris aber du kriegst Hardcore aufs Moll Ja 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 Wo fliegt die Sachen hin? Ja Und wo es ist č Ich werde nicht sein Funktionär Das wird gar nicht zu können Langsam ist er erst mal Ich komm noch mal dran bevor der wieder drankommt Ja Also der kann nur noch sterben Rostis Das ist meins Rostis Braucht wir ein Schild? äh nein das hat zu veränderbogen Giftimmunität, Fluchimmunität hey damit jawohl wer geht hin? wie nert ich hab gesagt nein diesmal ich schweiß dich so oft aus spät bis du wieder raufherst oha oha den kann ich mir geben ja den kannst du gleich mir geben ja weil du schon wieder auf Bogen gehst na anscheinend also da willst du nicht auf Bogen gehen du willst schon wieder auf Bogen gehen wirklich das ist wie die Skyrim Spieler die immer Stealth Archer spielen obwohl sie nicht Stealth Archer spielen wollen ja gehen wir gleich zum nächsten Bestien Dings da unten ja schau mal auf Bogen jetzt schauen wir an Legionär ich brauch's nicht aber ich kann's nur verwerfen sammeln ausrüsten dann nehm ich's erstmal mit ist so brechlich schöner Tag ja und hast recht mal sollen wir zum rechten oder zum linken gehen? gehen wir mal nach rechts du wirst ja gestartet oben haben ja ich würd einfach sagen mitnehmen kann man sehr gibt ne EP Bonus aber ansonsten brauche ich die Intelligenz halt nicht ich geh nicht auf Maggi bleib bei meiner Gitarre wir müssen leider warten denn Michi ist noch drin warum sind die so schnell? ich probiere das noch einmal mit die 5 3 uha voll ins Gesicht das merkt er sich du au ha 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 das hat er sich gemerkt ich begann sie sofort und griff den anderen an mhm die Kraft der Musik guck mal wie entspannt er da liegt was bitte au sind da unten das ist für meins laute ja wir sind da unten mhm genau wo du gerade hinkaufst das ist meins aber es ist das ist zerbrechlich ja du kannst was was ich dir ne du verkaufst das ich was was ich doch nicht das soll ich bin drauf ne das ist aber egal wir können auch auf die Statue da rumscheißen äh 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 doch nicht kriegt er sogar levelier hunde komm können wir reingehen ja sag mal rein na nein nein zu gefährlich die die haben 6 ep mehr als wir wir sterben sofort so probieren wir es mal kann man da sterben oder was leider ist es nicht ein Wunsch also dir würde ich die Statue nicht geben weil du schon ein Level hast hihihi 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 immerhin hihihi 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 die das er ja da kann doch aus mit dunklen höhle naaa nein wir wurden grinden aber gesagt dass man da unerlinige09 verlieren Thomas, man kann ich gleich wieder drauf gehen. Du hast Stufe 1, Mann. Halt doch nicht rum. Ich habe Stufe 0 Wurfen, die was 0 Schaden macht. Ich meine 6 Schaden, aber... Ich habe 1 Schaden. Ah, ah, ich kann mal wieder. Den hören wir nicht. Wow, 5 Müssen. Dann schau ich Intelligenz. Dann schau ich mir die Intelligenz. Ich kriege nur Magier-Sachen. Ich habe keine Schuhe. Der hat Angst, dass ich es verkauf. Nein, aber wenn du auf Nahkampf gehst, dann schau ich halt, dass ich ein paar Magier-Sachen kriege. Dann schau ich halt, dass ich ein paar Magier-Sachen kriege. Anscheinend gehe ich ja jetzt auf Fernkauf. Ja, einfach physisch halt. Und? Du machst doch schon Magier-Sachen. Denn bei dir ist das scheißegal, was du machst. Also, bei dir Magier-Sachen, du... ... 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 Wir tragen sowieso ja nur ein Rüstungsstück vielleicht. Ist doch egal, wenn das wegschmilzt. Ja, wir können noch gegen einen Krähe kämpfen, wir können noch gegen einen Hexer da kämpfen. Das ist ein Schwarm, ja? Ein Schwarm krähen. Was machten wir sowas nochmal? Hinterhalt legen, musikalische Waffen. Ich muss sagen wir schweigen, fliegen aus. Mach das gleiche. Mach das gleiche. Hm, okay. Na, willst du ein Bier, Schatz? Ja? Willst du ein Bier? Ja. Ich hab bald die Daumen schon mal vorklären. Danke. Danke. Okay. Ich bin 70er auf. Jawohl. Neun Gold zu. Kriegt einfach neun Gold, ich glaube ich spiel. Oh, der will sterben. Kannst auch ohne Reden machen. Das macht nichts drüben. Okay. Die wird mit der Tunde anziehen, ich starb doch. Na Blöde Sau Da schmeißt er die in dir vor die Füße und du kriegst sie nicht Gehst du denn hin? Ich hab mal gesagt, du machst dann zu krehe gehen Hä? Na Nein, nein Ich hab mal gesagt, du machst dann zu krehe gehen Ich hab gesagt, zu krehe Kree ist links Ich hab's gekehrt Hahahaha 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 Ich hab die selten gekehrt, hört mal aus Hahahaha Ja, die zwei da links sind am nächsten 300er statt Ich keine Ahnung, wo du schon wieder hinrennen möchtest Hahahaha Du hast sogar leertwürfel, deine Opfertrainer Dann kriegt einer von euch eine Rüstung eine Gude Wieso einer von uns? Was gibt's denn von der Quest für eine Rüstung? Zwei Leben wiederherrschen Rüstung, Rüstung, Widerstand plus leider Da kann man ja immer noch hin Ja, es muss schon als egal wo wir hingehen Ihr müsst euch nur entscheiden Wen die drinnen? Ehhhhhh Immer drinnen, oder? Da sind sogar alle drinnen Hahahaha Jawoll Hahahaha Fällt ja schon gut an Die Schweinegrähe, die muss sterben Hahahaha Glaub ich nicht Die Schweinegrähe Hahahaha Ich meine, jetzt kannst du die Radieschen von unten angucken Hahahaha 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 Wow, der ist richtig hardcore heftig, du Ich weiß nicht mal wieviel Geld's der abzogen hat Hahahaha Gar nix, jetzt haben wir so diese Fokusblumen der Crowd Hahahaha 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 Richtig Meins Einen primitiven Stab Was schau' Ey, wie so flaus' wir den Hätt's wir ja lassen können Du bist Bogenschütter, sag' Ja, aber der hat auch Auge Das kannst wir ja geben Der hat Auge Der hat Auge, ja Das kannst wir die Wahrnehmung geben Der hat Auge Hahahaha Das stimmt Das ist ein Speer Dein Verkehr Ist ja wurscht Der kann man ja geben Du musst da herkommen Nein Aber ich dachte echt Das ist ein fucking Zauberstab Der ist schon da hart Der ist die billigere Pfeife Hahahaha Den kann man ja geben Ja, das hat Ja, du musst bald auch zum kommen Aber ich Bis zweit denke ich kann sie dummerschmeißen Hahahaha Ja, du musst bald hingegen kommen Dann kriegt er die Pfeife billiger Das glaube ich Ich spiel Ich kann ein Gottesbad für 8 kaufen Soll ich das mal machen? Das ist ja okay Bei Auge ist ja okay Ich das sporen aber Es sei nicht so stark Also so viel Du kannst ja gar nicht mehr Was willst du mit Gottesbad Hahahaha Aber für Auge Das ist ein Schnäppchen Der würde aber Du musst kaufen was er nicht braucht Ich denke da an euch Aber okay Wenn du sagst nein Dann schreist du Hey Warum hast du kein Gottesbad gekauft? Ich vermöcke Hahahaha 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 Sooo Und jetzt können wir Jetzt noch hoch zum Galat würfeln Hahahaha Hmmmm Was hast du denn? Schmerzen Hahahaha Ah, das ist so weh Ein Fischermantel Zerschlüssende Robe Fischerstiefel Ich glaube ich habe mal irgendwas gebrillt Oh Okay Wenn du es auf der linken Hand Beim kleinen Finger da unten auf der Seite Also ganz unten bei der Handfläche Ich glaube ich habe mal irgendwas gebrillt Also unter dem kleinen Finger da ur weh Als hätte ich mal irgendwas verstaucht oder so Dass das ur weh Mit die Tage in der Daumen richtig wehgetan Weil mein Kater ist gegengesprungen Also der ist so über mich drüber gesprungen im Bett Dass er mit der Hinterpfote flammelter Kralle da reingestochen hat Das hat tagelang wehgetan Ja und Jo Da sticht er mir einfach in den Daumen rein Die Sau Wirklich Die Sau Ja Jetzt schläfst du da ganz süß ne Oh du bist die Sau Chaos Oh fuck Du musst den Chaos senken Mit der nächsten Quest dann Jep Du drinne Nein du nicht drinne Also ich warten Also ich warten Gut Los komm ran du Affengezücht Er sagt ein Krieg normaliger Sachen und rüstet sie nicht aus Joa Die tun wir nicht dann mal lieber aufhör Wahnsinn Oh Oder ob sie euch an schütteln Oh Es sind zwei Mhm Den wir auch in Kuschel Liebe Ja Das sieht aus wie zwei Zombie-Arsch-Batten aus Minecraft Ja Ja Den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Weg damit Für mich ist schon nicht gleich gut wie ich Für sich hat ne stylische Feder dran Oh Oh Ja Wir haben Wir haben Immunopfer Ich hab da nix was mir hilft gegen Gift Wir gehen verkifft mit Gift Ach wir verbrennen dich einfach Guck mal der Lichtmack-Pudding Guck mal der Lichtmack-Pudding Guck mal der Lichtmack-Pudding Oha Fluchimmunität Ich hab aber doch schon Ich hab aber glaube ich schon Fluchimmunität Ja Und Giftimmunität auch Eine gesegnete Weste Da wurde er gesegnet Ich weiß nicht schon irgendwelche anderen Schuhe mit in die Gänze. Ich weiß nicht, dass du da nicht gehst. Machen wir ja wissen, ob das stärker ist, was ich jetzt sag. Ist gleich stark. Warte, ich will mir den Gott lief essen. Ich dachte, dass du das Ding da oben hast. Ja, das kann er nicht. Ich will das nicht haben, aber das ist wurscht. Vielleicht Stiebe. Ich kann es auch nehmen, ich kann es dir wegnehmen. Magst du Intelligenz? Nein, ich brauche nicht. Du bist auf dem Stock, ich glaube, der spricht zu viel Schuhe für seine Intelligenz. Warte, ich gehe gleich da her. Ich fahr gleich da. Weil Chaos muss man ja wegmachen. Die haben mehr Leben. Sondern stärker. Ja. Oder hilft das überhaupt, wenn wir da hingehen und Chaos... Weiß ich gar nicht, das kannst du nicht. Passiv Heilung. Nein. Bleib doch warten, dann heilen wir uns. Passiv. Es ist kalt. Ey. Du musst selber stoppen. Geht schon ab und zahlen. Nicht, dass er mal einen schönen Tag gibt. Nö. Kannst ja gucken, ob er trotzdem drin ist. Aber ich glaube nicht. Oha, so viel Skelette. Wahnsinn. Ist nicht drin. Habe ich mir schon gedacht. Das passt voll gut, dass er in der Nacht mit der Fackel kämpft. Ich bin gespannt, ob der Boden besser ist oder das besser. Vor allem, er denkt sich so, ich brauche keine Waffe, ich habe Licht. Ähhh... Was? Nämlich, die Waffe zerbricht mir schon irgendwann. Achso, wirklich? Ja. Das ist klasse. Aber wenn er einen Crit abkriegt oder nicht? Ja. Das habe ich nicht gesehen, nein. Habe ich nicht gut gemacht? Ja, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Oh, Glück. Aber sonst nicht. Ich glaube, das war's. Na, sag mal. Mit wem? Na, mit der Ofen. Achso. Ja, Alter, sticht doch richtig. Was? Sticht doch richtig? Sticht doch richtig, habe ich gesagt. und dann. Hahahaha. Ahahaha. Hahahaha. Hahahaha. Ja, du Sau, jedes Mal werde ich auszuchen, vergift, auszuchen, was ins nächste. Hahahaha. Da ist jedes Wissen zugeschissen. Da ist jedes Wissen zugeschissen. Der ist den Fack weggekommen. Ja, aber ist ja eine Weltbronze. Hahahaha. Nein. ja ist doch scheißegal wo der drauf knippelt hauptsache knippelt drauf ist ist stärker als nämlich die ich war nicht mehr in den laden und dann auch verkauft er ist ja ist es gescheit was er da anbietet er ist so gut wie pleite aber geht erst mal shoppen ich bräuchte 75 gold und könnte ich mal erst stärker 20 kaufen also das ist so brechlich also gar nicht sehen das ist ja brechlich ist ziemlich kacke du schwein timberwolf fledermaus die frage die verbindung unterbrochen ja weil ich aufs x kommen bin ich wollte aufs auf das handruck drücken ich bin aufs x kommen vor allem warum war der mich hier ausgespielt warum schließt das spiel komplett hoch ich glaube es hat sich nichts gespeichert kann sein oder ich glaube der speichert sie automatisch noch jede runde ja wurscht jetzt habe ich beendet das tue ich kurz ein paar doch beendet wir sind hier schon vor da spiel laden da ist das ist